Richtig gutes Zeug Krass Echt jung Gefällt mir gut Richtig gut Fand ich wirklich gut Richtig gutes Zeug Hat mir wirklich gut gefallen Richtig gut, ja Hagebuttenthemen, HDJ Quali gut, ja Brauner Bär Richtig gutes Zeug Caddy Matrix, geiler Filmer Hat mir wirklich gut gefallen Ja, gut, gut, gut CBD-Tropfen, boah, geil Nee, war wirklich gut Hat mir wirklich gut gefallen Katalog von Pearl Hab ich durchgeblättert Kennt ihr den? Richtig gut Geno-Ginelle, ja Richtig gutes Zeug Hab ich mal ausprobiert Richtig gut, richtig gut Und weißt du auch, was richtig gut ist Richtig gut ist Gebrannte Mandeln, wenn man mal ne Ente macht Richtig gutes Zeug Mega schwer zu kriegen Wirklich schwer zu kriegen Richtig gutes Zeug Musst du mal ausprobieren Ausprobieren Richtig gutes Zeug, richtig gut Scheint ganz gut zu sein Da musst du richtig lange suchen für Richtig lange recherchieren Hat er richtig gut drauf Das kriegst du nirgendwo sonst Boah, krass Blöder Stass Frag ihn doch mal, ob er da rankommt Riecht ein bisschen komisch, aber schmeckt gut Die gibt's ja gar nicht mehr Nee, sowas kriegst du nicht Hätt ich Bock auf sowas jetzt KDW unten im Keller Hätt ich echt Bock drauf Wirklich Junge Ist schon echt was ganz besonderes Fehler Cutie Da ist auch richtig was los Ja, musst du mal ausprobieren Echt Junge, mega schwer zu kriegen Nee, wirklich scheint ganz gut zu sein Hat er nicht mehr viel von Richtig gutes Zeug Mega Er macht immer geile Sachen, ja Seht ihr das auch? Könnt ihr das auch sehen? Richtig gutes Zeug Richtiges